Menschen, Geräusche, Gerüche, Filme, Licht, Schatten, Gefühle, Farben, das inspiriert mich sehr. Es gibt schon genug Grau und Schwarz-Weiß in unserer Welt, ich versuche immer so fröhliche Motive zu finden, die wahrscheinlich auch so ein bisschen an Filme erinnern und ich bin auch sehr von Filmen und Cinematographie inspiriert und das will ich auch durch meine Bilder zeigen. Ich versuche immer so mehrere Ebenen meine Bilder zu geben, ich nenne meine Art von Fotografie poetisches Storytelling, ich versuche es durch die Farben, Personen, Lichtsituationen, Momente, die ich dann ablichte, so eine besondere Geschichte zu erzählen. Ich finde die Kamera von der Größe einfach perfekt, sie zieht nicht so viel Aufmerksamkeit aus sich. Für die Leute, die viel reisen wie ich, so eine kleinere Kamera, kompakte Kamera, aber vollformatige Kamera ist wirklich die beste Lösung.